Was ist das jetzt dann genauer ausgestaltet, werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich mit Slabs erstmal. Aber ich glaube, es ist klar, was ich hier versuche, oder? Also es sieht bis jetzt auch relativ stimmig aus. Es sieht erstmal immer gleich aus. Ich versuche das mit verschiedenen Waren dann auszugleichen. Könnt ihr mir auch sagen, vielleicht ist es euch ja lieber, dass ich hier Gegenstandsschilder aufhänge, anstatt euren Namen zu verwenden. Könnt ihr mir auch sagen, dann mache ich das. Dann knalle ich hier zum Beispiel ein bisschen Weizen rein. Hier irgendwie ein Schweinekotelett, ich weiß was ich, was halt gerade passt. Und dann hat das hier auch einen gewissen Sinn. So, rein theoretisch will ich das mit Slabs machen, habe ich aber auch nicht mehr viele. Deswegen kann ich das jetzt erstmal nur bei einem andeuten. Ja, genial. Ich hätte eine Idee, um das ein bisschen spezieller zu machen. Na toll. Hoffentlich tötet die mein Hundi nicht jetzt. Blöde Spinne. Die spinnt doch die Spinne. So, äh, ah, hier sind wir. Ne, Hundi ist noch da. Hat wohl die Spinne erledigt. Braver Hund. Und wir machen jetzt hier weiter. Hat er nämlich die Idee, wenn wir hier so, zack. Und hier drüben auch so, zack. Ähm, ich habe es mir geiler vorgestellt. Das ist irgendwie komisch. Wobei. Sieht das komisch aus. Irgendwie hat das was. Was es hat, weiß ich nicht. Aber irgendwas hat es. Ähm, ich mache mal eine Handvoll Slaps noch nach. So. Und dann probieren wir das nochmal. Also, was heißt probieren? Wir machen es jetzt einfach nochmal. Ich finde, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Es ist mal was anderes eben. Really? Das ist jetzt nicht wahr. Also, was heißt probieren wir das. Hat irgendwie, es hat so ne asiatische Form finde ich irgendwie, keine Ahnung, erinnert mich irgendwie voll an so asiatische Stände, fragt mich nicht warum, aber irgendwie. Da haben wir noch ein paar Steps nach oben. Na ich habe jetzt nicht mehr viel Holz, damit da demnächst nochmal irgendwas schlagen gehen müssen. Man hätte hier den anderen, man könnte hier durch als Spieler, geht aber nicht. Äh, äh, hab ich mir jetzt im Prinzip ne Falle gebaut. Moment. Warum passieren wir das jedes Mal? So. Das Modell eines Marktstandes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein Designversuch. Der schon irgendwie Sinn macht, was auch irgendwie komisch ist. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich noch, aber wenn es von der Grundidee eigentlich gar nicht schlecht ist. So ging es natürlich auch. Ja, sieht das hier innen wieder komisch aus, dann müsste man das auch zu machen. Ja. 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 Ja.